Was ist die Zukunft der Digitalen Gesundheit? Im Bereich der Digitalen Gesundheit verfolge ich zwei Forschungsstrategien. Im ersten Bereich entwickeln wir Computermodelle von krankheitsrelevanten Prozessen. Im zweiten Bereich versuchen wir, die komplexen Daten aus der Gesundheitsforschung mit patientenbezogenen Daten aus der Krankenversorgung zusammenzubringen. Hier bedienen wir uns Verfahren der künstlichen Intelligenz, des Maschinenlernens. Man muss sich vorstellen, dass wir hier mit immensen Datenmengen umgehen. Wir prozessieren in meinem Labor genauso viele Daten wie Twitter an einem Tag an Tweets prozessiert. Ich kann mir kein besseres Umfeld vorstellen, als das, das mir das BIH bietet, um diese Art der Forschung im Bereich der Digitalen Gesundheit hier in Berlin fortzuführen. Das BIH bildet eine wunderbare Klammer aus Spitzenforschung am Max-Dell-Bück-Zentrum und einem der größten und weltweit erfolgreichsten Zentren der Krankenversorgung an der Charité. Und als solches ist hier ein Eldorado von Daten und auch von Know-how vorhanden am Standort Berlin, das für mich unvergleichliche Voraussetzungen für meine Forschung liefert. Die Digitalisierung durchdringt ja alle Lebensbereiche. Nun auch ist die Digitalisierung in der Gesundheit angekommen. Und wir schaffen es mit diesen digitalen Ansätzen Spitzenforschung zum Patienten zu bringen, nicht nur in den Universitätskliniken, sondern auch bis hin zum niedergelassenen Arzt auf dem Lande, sodass am Ende des Tages jeder Patient von unserer Forschung profitieren wird. Werbung in Berlin Wöhn 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 Wöhn